Artikel 41 Der Reichspräsident wird vom ganzen deutschen Volk gewählt. Wähler ist jeder Deutsche, der das 35. Lebensjahr vollendet hat. Artikel 48 Der ist wichtig! Echt! ... Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen. Von allen gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 dieses Artikels getroffenen Maßnahmen hat der Reichspräsident unverzüglich im Reichstag Kenntnis zu geben, die Maßnahmen sind auch Verlangen des Reichstags außer Kraft. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! ... ... ... ... ... Da, 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 wenn's um Geld geht, Sparkasse! Ah, ah...